Emilia Ruag, herzlich willkommen. Was ist eigentlich das Gegenteil von Diversität? Das Gegenteil von Diversität ist einerseits klar Homogeneität, aber auch das Gegenteil von Diversität ist eine gewisse Form von Ungerechtigkeit, weil es heißt, dass einige Meinungen, dass einige Perspektiven, einige Sichtpunkten und Realitäten ausgeblendet werden aus dem öffentlichen Leben und das bedeutet eine Unsichtbarmachung. Das heißt, ich würde sagen, dass es mit einer gewissen Form von Ungerechtigkeit einhergeht. Würden Sie Diversität mit Vielfalt übersetzen oder mit einem anderen Begriff? Also die wortwörtliche Übersetzung ist natürlich Vielfalt und deswegen, ich würde schon sagen, ja, Diversität ist Vielfalt als Übersetzung auf Deutsch. Der Dichter Arthur Rabeau schreibt, ich zitiere, ich ist ein anderer. Laufen wir unserem Ich ein Leben lang hinterher? Ja, also Identitätsfindung ist wirklich ein langwieriger Prozess und das läuft meist auch unbewusst. Das heißt, sehr viele innere Konflikte oder innere Infragestellungen, die man hat im Laufe des Lebens, haben sehr viel mit Identität zu tun und dennoch werden sie nicht als solche wahrgenommen. Und was Arthur Rabeau sagte, ist sehr schön, weil ich glaube, das ist dieses Konzept, das auch in ganz vielen anderen, vor allem in spirituellen Strömungen auch gefunden wird und in allen Religionen. Das heißt, Ahimsa zum Beispiel in der hinduistischen und buddhistischen Religion, das heißt, wir finden uns in allem wieder, nicht nur in anderen Menschen, sondern auch in der Natur, in Tieren, in Schönheit, die wir um uns herum haben. Und das gilt eben, diese Verbindung zu herstellen und zu kultivieren und sie zu sehen überhaupt. Wir reden von Identität. Müssten wir nicht lernen, zu reden immer von Identitäten? Ja, absolut. Absolut, weil Identität ist vielfältig, sie ist mehrdimensional, sie hat unterschiedliche Schichten, sie ist flexibel, sie kann sich auch ändern im Laufe des Lebens. Und deswegen, es ist nicht rigide, es ist auch nicht fixiert und wir werden nicht mit einer Identität geboren und mit der gleichen Identität gestorben. Sind Identitäten auch im Lebensverlauf dynamisch? Einige fallen weg, einige kommen hinzu oder gibt es einige Kernidentitäten, die jeder Mensch ganz unterschiedlich in sich trägt? Ja, ich würde schon sagen, dass es gibt Kernidentitäten, aber wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, also ich bin in Frankreich, ich bin Metis, in Deutschland und in den USA bin ich schwarz und in Senegal bin ich für viele Menschen weiß. Und deswegen, diese Identität korrespondiert mit einer Projizierung, das heißt, das, was Menschen in mir sehen. Und es kann auch ganz unterschiedlich sein, wie ich mich selbst sehe. Und es gibt viele Menschen, die sich zum Beispiel nicht unbedingt als weiß oder schwarz sehen, aber sie werden als solche wahrgenommen von der Gesellschaft. Und eine andere Identität, die ändern kann im Laufe des Lebens ist, und wir reden auch zunehmend darüber, ist die geschlechtliche Identität. Es gibt Menschen, die bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen werden und dann im Laufe des Lebens erleben sie sich auch eher als männlich oder als gar kein Geschlecht. Also deshalb ist es wirklich sehr, sehr flexibel. Und ich würde sagen, die Identitäten, also das ist auch das Gleiche mit der soziale Klasse. Die soziale Klasse ist auch ein Teil der Identität, weil das ist nicht nur, wie viel Geld wir auf unserem Bankkonto haben, sondern auch, wie wir präsentieren, wie wir sprechen, was wir essen, wo wir in den Urlaub waren, welche Musik wir mögen, etc. Und das ändert sich auch, das kann sich ändern. Und die Kernidentitäten bei manchen Menschen, also zum Beispiel, ich spreche jetzt für mich, aber meine weibliche Identität, glaube ich, ist eine Kernidentität für mich, die sich, glaube ich, nicht ändern wird in meinem Leben. Aber was Sie gerade beschrieben haben, das würde ich gerne vertiefen, weil, als Sie über Ihre Farbmarkierungen von außen gesprochen haben, wie viel Fremdbestimmung steckt denn in dem eigenen Identitätsbild, das man von sich selber hat? Ich würde sagen, bis zu 90 Prozent. Weil, wenn Babys geboren werden, wenn wir geboren werden, haben wir kein Konzept von Identität. Wir sind, wer wir sind. Wir sind eigentlich nur selig da. Und unsere Gesellschaft hat eben diese Unterschiede zwischen Menschen zementiert und auch konstruiert und sie wirken bis heute noch. Und deswegen lernen wir von Anfang an meist unbewusst, diese Identitätsmerkmale auf andere zu produzieren und auf uns selbst zu produzieren. Deswegen, ich glaube, ich kann gar nicht sagen, wie ich mich selbst sehen würde, wenn ich nicht in dieser Gesellschaft geboren und sozialisiert worden wäre. Aber könnte man nicht die Aufgabe, das ist auch eine, die, sagen wir, in der Philosophie, aber auch in anderen Bereichen doch dem Menschen als freies Wesen zugesprochen wird, können wir nicht ein Mehr an Selbstbestimmung herstellen, an Selbstbestimmung durch Reflexion, auch durch solche Gespräche, wo Menschen anfangen, über diese Fremdbestimmung nachzudenken und zu merken, das will ich gar nicht sein, das bin ich nicht, das ist mir zugeordnet worden. Geht das mehr, als wir glauben? Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, überhaupt festzustellen, es handelt sich um soziohistorische Konstrukte, die keine objektive, rationelle Wahrheit in sich haben. Ja, so zum Beispiel, wir sehen, es gibt keine menschlichen Rassen. Sie wurden erfunden und es wurde auch wirklich biologisch, wissenschaftlich belegt, es gibt keine menschlichen Rassen. Dennoch, sie haben eine soziopolitische Wirklichkeit, die bis heute noch wirkt, auch wenn wir ganz genau wissen, dass sie nicht existieren. Das heißt, dass unser kollektives Unterbewusstsein projiziert immer noch Eigenschaften auf Menschen. Und das Ziel ist es, uns davon zu befreien. Das heißt, zu sagen, diese Merkmale, diese Identitäten existieren nicht und ich bin mehr als das. Aber das gibt auch eine Spannung, weil wenn wir auch die Wirkung von solchen Identitäten erklären wollen, das heißt, wenn wir die Wirkung wahrnehmen wollen, analysieren wollen und auch bekämpfen wollen, weil die Wirkung ist auch real, dann müssen wir eben über diese Identitäten sprechen. Und das ist da, wo es eine Spannung gibt und wo es manchmal auch zu Missverständnissen kommt und auch zu einer, würde ich sagen, Fehlinterpretation von was Identität eigentlich ist. Nämlich etwas, das wir langfristig überwinden wollen. Das heißt, dass diese Markierungen, diese externen Markierungen, diese gesellschaftlichen Markierungen, wir wollen sie langfristig überwinden, um uns kollektiv davon zu befreien. Und kurzfristig sind sie anscheinend in der ganzen Welt, wo immer man ist, festzustellen. Wo immer man also auf dieser Welt ist und zu keiner Zeit, jedenfalls war es grundsätzlich anders, werden Menschen wegen ihrer vermeintlichen Andersartigkeit. Und auch das ist ja interessant, an vielen Teilen der Welt sind das ganz andere vermeintliche Andersartigkeiten, Stigmatisiert, unterdrückt, negativ gewertet, gar getötet. Muss das so gewesen sein? Hat das etwas zu tun mit der Gruppenbildung, dass das Ich ein Wir braucht und das Wir ein Ihr? Ich bin mir davon, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich sein muss. Deswegen rede ich oft über, also ich stelle diese Frage, brauchen wir eben diese Unterschiede? Brauchen wir diese Hierarchie? Weil es hat nicht nur mit In-Group, Out-Group zu tun, sondern auch mit Hierarchien. Das heißt, überlegen und unterlegen. Und ich glaube, also vielleicht hat die Menschheit diese Hierarchie bisher gebraucht. Aus in einem Grund, vielleicht war diese Hierarchie nötig in dem kollektiven Menschenverstand. Aber ich glaube, wir entwickeln uns auch als Menschheit. Und ich bin mir sicher, ich bin fest davon überzeugt, dass wir eben eine Zeit erreicht haben, wo wir diese Markierungen und diese Hierarchie nicht mehr brauchen. Es verlangt aber von uns kollektiv ein Verlernen, das sehr, sehr tief geht, das über mehrere Jahrzehnte hinausgeht. Aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Das ist ein bisschen wie, wir haben immer noch in der, also die Neurowissenschaften zeigen uns, dass wir immer noch so reflexhaft auf Veränderung reagieren, als würden wir von einer Löwe in der Savanne bedroht. Es sind Milliarden von Jahren, Millionen von Jahren her und trotzdem ist es immer noch präsent. Deswegen, diese Umstellung, diesen Paradigmenwechsel kann passieren. Und ich glaube, es wird passieren. Aber es geht sehr, sehr tief. Es ist, also vielleicht, ich glaube, wir denken auch, dass diese Unterschiede naturgegeben sind. Viele Menschen denken weiterhin, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind naturgegeben und können nicht geändert werden. Ich bin nicht dieser Meinung. Und ich glaube, dass wir können uns auch kollektiv davon befreien, wenn wir das verlernen und wenn wir, ja, wenn wir auch merken, dass diese Hierarchie niemandem gut tut, weder Männern noch Frauen. Auf der einen Seite gibt es das, was Sie beschrieben haben, Angst als Überlebensmoment. Und diese Angst reagiert auf das Fremde, egal was das Fremde ist. Auf der anderen Seite gibt es dieses über Jahrtausend gewachsene kulturelle Gedächtnis, das in diesem kulturellen Gedächtnis jeweilige Einordnungen von gruppenspezifischen Markierungen in sich trägt. Berechtigt, unberechtigt spielt für das Gedächtnis dabei keine Rolle. Es ist besonders schwierig, weil es ein unbewusstes ist. Nun sprechen Sie vom Verlernen. Während einerseits dieses Verlernen stattfinden soll, wird auf der anderen Seite der Mechanismus auch gesellschaftspolitisch immer neu getriggert. Was ist zu tun? Ich glaube, es gilt wirklich zu verstehen, wie der Prozess funktioniert. Und das ist nicht verstanden in der Gesellschaft, würde ich sagen. Es gibt kein breites Verständnis über, wie diese Kategorien bisher gewirkt haben. Und deswegen habe ich das Gefühl manchmal, dass es eine Verwechslung gibt zwischen sich von diesen Identitäten zu befreien einerseits und andererseits sie zu verfestigen, um eben diese Identität zu verstärken und auch neu zu würdigen. Und das eine schließt nicht das andere aus, aber nur, wenn wir wirklich verstehen, wofür machen wir das. Das heißt, langfristig ist es eben, um diese Identitäten zu überwinden. Und wenn Menschen sagen zum Beispiel, oder wenn es Identitäten gibt, die bisher als unterlegen, konstruiert wurden und herabwürdigt wurden, wenn Menschen dazu stehen, zum Beispiel die Kategorie Queer auf Englisch. Das heißt, homosexuelle, Lesben und bisexuelle Menschen haben für sich entschieden, dieses Wort Queer auf Englisch, was negativ konnotiert war, für sich wieder einzueignen und zu sagen, wir sind Queer. Wir stehen positiv zu diesem Begriff, weil wir wollen es wieder von positiven Eigenschaften investieren. Es ist aber nur eine Phase. Das heißt, in dieser Entwicklung muss es irgendwann dazu kommen, dass diese Würdigung stattgefunden hat, dass die Entmenschlichung auch entgegengewirkt wurde, damit wir uns davon befreien können. Und ich glaube, wir sind im Moment in der Phase, wo es um die Würdigung von diesen Kategorien, ohne auf lange Sicht zu sehen, dass wir uns davon befreien sollten. Auf der einen Seite sind ja Vorurteile ausschließlich emotionale Prozesse, bis hin eben zu einem unbewussten emotionalen Prozess. Die Aufklärung über das, was an Fehlerhaftigkeit in diesen Vorurteilen steckt, ist aber in der Regel ein Versuch des Kognitiven, des Vernünftigen, des Argumentativen, des Rationalen. Wie kann eine rationale Debatte eine emotionale Ebene je berühren oder gar verändern? Ja, also das ist jetzt die ganze Frage von der Psychoanalyse. Wie kommen wir vom Kopf bis zum Herzen, bis zu der emotionalen Ebene? Und deswegen spielt auch in dieser Hinsicht innere Arbeit, also sei es spirituelle Arbeit oder psychologische, psychotherapeutische Arbeit, eine Rolle. Weil dann können wir wirklich sehen, wie wir emotional auf diese Hierarchie reagieren. Und alle Menschen reagieren auf diese Hierarchie. Das heißt, wir sind konditioniert seit der Kindheit, unser Selbstwert daran zu messen, wo wir in dieser Hierarchie positioniert sind. Deshalb geben wir dieser Hierarchie eine Wirkmächtigkeit, die wirklich enorm ist. Und die sich auch selbst perpetuiert durch den einzelnen Menschen und kollektiv. Und wenn wir erst mal verstehen, dass unser Selbstwert sich nicht beruht oder nicht davon abhängig ist, ob Menschen unter uns stehen, dann können wir uns dieser Hierarchie entziehen. Es ist, und es klingt erst mal vielleicht abstrakt, aber ich glaube, darin liegt die Chance sozusagen. Das heißt, dass die jüngeren Generationen lernen, dass der Wert des Einzelnen nicht daran gemessen wird, wie hoch, also wie viele Menschen unten liegen sozusagen. Weil wenn das der Fall ist, dann haben wir alle, alle in der Gesellschaft ein Interesse daran, diese Hierarchie aufrechtzuerhalten. Nun gibt es ja nicht nur eine Frage der sichtbaren Hierarchien, sondern auch der Zwischenhierarchien. Sie haben das Beispiel mit sexueller Orientierung angesprochen. Wir erleben in unserer Gesellschaft in einigen Ländern einen Fortschritt, in anderen, auch demokratischen Ländern, wieder einen Rückschritt. Wir erleben einerseits, dass immer mehr Menschen sich zu ihrer Sexualität bekennen, also offen damit umgehen und von der Gesellschaft verlangen, dass man das als Selbstverständlichkeit annimmt. Ich spreche bewusst nicht von Anerkennung, weil wer soll mich schon anerkennen? Auf der anderen Seite erleben wir aber auch tradierte, sowohl intersubjektive tradierte Situationen, wie aber auch von Machtstrukturen tradierte Situationen. Nehmen wir die monotheistischen Weltreligionen, die in ihrer Erziehung bei den Gläubigen markieren, das ist nicht normal, in Anführungsstrich. Auch hier geht es ja um die Fragen der Aufklärung, des Aufklärerischen. Wenn ich also als Mensch als ein Teil meiner Identität in einer dieser monotheistischen Weltreligionen als gläubiger Mensch mich empfinde und andererseits mit solchen Identitätsrealitäten zu tun habe, entsteht hier eine starke, das ist schon das Beste, Konfliktsituation, Ambivalenz, eher bei den vielen Menschen ein, das akzeptiere ich nicht, so wie du lebst, das geht einfach nicht. Wie kann man diese Ambivalenzen, die auch mit Machtstrukturen eine Rolle spielen, wie kann man sie dynamisieren zugunsten der Diversitätsanerkennung? Ich würde sagen, es ist immer wieder der Fall, also erstmal zu den monotheistischen Religionen, ich glaube, sie sind auch eine Reflexion der Gesellschaft, sie können auch nicht unbedingt davon getrennt werden und das ist oft, was mich gefragt wird, aber warum haben sie nicht über Religion in ihrem Buch gesprochen, zum Beispiel und ich sage ja, weil ich habe eigentlich über Religion gesprochen oder das beim Namen zu nennen und deswegen, also wenn es immer noch eine Wertung gibt oder ich weiß nicht, vielleicht können Sie auch Ihre Frage formulieren, falls ich das nicht richtig antworte, aber das ist immer noch eine Wertung, die von einer universellen Norm, unsichtbaren Norm definiert wird. Und diese unsichtbare Norm ist wirklich auch global bestimmt. Das heißt, wir finden sie in allen Religionen, in allen Gesellschaften mit ein paar Ausnahmen, aber wirklich generell, also es gibt zwar Nuancen, aber generell ist es das gleiche Bild von dieser unsichtbaren, überlegene Norm. Und wenn wir diese Norm erweitern, wenn wir Vielfalt auch annehmen und denken, es gibt nicht eine Norm, es gibt nichts Natur, die Norm ist auch natürlich, die Norm ist, was Natur gegeben ist oder Gott gegeben ist. Und wenn wir diese Norm erweitern, dann erlaubt es eben auch, es schwächt die Hierarchie, weil die Norm zu erweitern schwächt die Hierarchie, weil wir haben nicht mehr etwas so vertikal und klar mit unterschiedlichen Stufen, sondern es ist viel dynamischer. Und das wäre meine Antwort dazu. Das ist ganz spannend, weil viele Menschen erleben ja die Vielfalt mit Angst. Ich erlebe ja eigentlich die Vielfalt mit Glück. Ich finde das ein ganz großes Geschenk. Aber wenn wir über die Angst reden, gibt es ja auch zwei Perspektiven der Angst. Wir haben gerade davon gesprochen, viele Menschen haben Angst vor Vielfalt, vor dem anderen, negativ schon konnetiert, das Fremde. Aber andere Menschen, auch in unserem Land, werden ja bedroht, angefeindet, teilweise auch ermordet und haben wiederum deswegen Angst, ihre Identitäten nach außen zu zeigen. Wie hält man ein Leben aus, in dem die Angst allgegenwärtig ist, sich zu zeigen, so zu sein, wie man ist. Eigentlich sein Leben zu leben und zu wissen, wenn ich es nicht tue, habe ich nie mein Leben gelebt. Und das ist ja die Erfahrung von Migranten, das ist die Erfahrung von Menschen mit unterschiedlichen Farben, das ist auch die Erfahrung von mir als ein jüdischer Mensch, dass das so eine Unterdrückung des eigenen ist. Wie löst man sich davon? Sehr gute Frage. Also ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Ich sehe, dass meine, also mein Vater ist jüdisch und meine Großmutter hat ihre jüdische Identität und bis heute noch, nach dem Zweiten Weltkrieg, verschwiegen und versteckt. Und sie hat mir immer gesagt, sag niemanden, niemanden darf wissen, dass du Jüdin bist. Das ist ein Geheimnis, du darfst das nicht sagen. Und ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater hat aber seinerseits seine jüdische Identität auch nach außen getragen, war auch sehr stolz drauf. Und deswegen hatte ich diese zwei Bilder von mir, die eine wirklich von Trauma geprägt und die andere eher von Überwindung von diesem Trauma. Und andererseits hatte ich meine Mutter, die schwarz ist und ihre Identität nicht verbergen kann. Und dennoch hat es auch, sie hat Strategien entwickelt und die Familie, also meine Großeltern, haben auch Strategien entwickelt, um diese schwarze Identität so gut wie möglich zu mindern. Also ein Teil davon war zum Beispiel kein Kreolisch zu Hause zu sprechen. Sie war nicht erlaubt, Kreolisch zu sprechen, damit sie keinen Akzent haben, damit sie wenigstens nicht, also auch am Telefon nicht sofort als schwarz wahrgenommen werden. Und sie haben versucht, wirklich sich in ihrem Habitus so weiß wie möglich zu kleiden, so weiß wie möglich auszudrücken. Und das sind eben selbst, es errichtet wirklich sehr viele Schaden an Menschen. Weil versuchen, das zu sein, was man nicht ist, heißt, einen Teil der Seele zu töten. Langsam und subtil, manchmal auch ein bisschen expliziter. Und deswegen sehe ich auch die Wiederbelebung von Identität als ein Versuch, diesem Prozess entgegenzuwirken und zu sagen, nein, ich werde das sein, was ich bin. Ich bin queer, zum Beispiel mit dem Beispiel. Oder es gibt auch in der Menschen mit Behinderung, in der Bewegung, auch viele Menschen mit Behinderung, die sagen, ich bin behindert und stolz. Ja, Black Pride, um diesem Prozess entgegenzuwirken. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil solche Minderwertigkeitsgefühle, weil die werden umgewandelt, die Minderwertigkeitsgefühle müssen auch geheilt werden, weil sonst werden sie in den nächsten Generationen übertragen. Das heißt, als Kind, ich habe meine Mutter gesehen und wie sie mit ihrem Schwarzsein auch umgegangen ist. Und das war mir klar, okay, diesen Teil meiner Identität möchte ich lieber ablehnen, möchte ich lieber unterdrücken, weil das ist die minderwertige Seite meiner Identität. Und das ist etwas, was ich verinnerlicht habe, wie sehr, sehr vielen anderen schwarzen Kindern. Und ich glaube, das gibt, also um das Beispiel nochmal von meiner Großmutter zu nennen, wo sie meinte, sag niemandem, dass du jüdisch bist, aber es gab trotzdem diesen sehr, also sie war trotzdem sehr stolz, jüdisch zu sein. Das hieß nur, es war ein Verteidigungsmechanismus, ein Schutzmechanismus. Um zu sagen, du bist das und hier, ich kann dir viele Sachen über das Judentum, über unsere Identität, über unsere Geschichte erzählen, aber das bleibt zwischen uns, das ist unser Geheimnis sozusagen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und wenn Sie sie individualpsychologisch erzählen, auch indem Sie sagen, es gibt dann Minderwertigkeitsgefühle, die ja von außen reingetragen werden. Und die Antwort darauf ist, nein, wir sind jetzt stolz, proud movements. Wenn ich das ins Politische nehme, möchte ich in Frage stellen, weil ich jetzt proud bin, was auch immer zu sein, nicht ein furchtbarer Bumerang, ein Umkehrreaktionsschluss ist zu diesem Minderwertigkeitsfühlen. Ich bin Jude, das reicht mir eigentlich. Ich bin darauf weder stolz, noch habe ich Minderwertigkeitsgefühle. Was ich jetzt wiederum mit diesem Ich bin Jude für mich mache, wie viel Bedeutung das bekommt, ist wiederum meine Verarbeitung. Und wir erleben ja gerade in den politischen Debatten genau das, was Sie beschrieben haben, dass jetzt Identitäten von Gruppen als jetzt I'm very proud to be whatever it is dargestellt werden. Ist das eigentlich die aufgeklärte Antwort, nämlich das jetzt für sich selbst hochzuwerten, um zu zeigen, ihr, die ihr das runterziehen wollt, ihr schafft das nicht, weil ich ziehe es für mich emotional hoch. Oder würde es nicht in einer Utopia bedeuten, wir sind, was wir sind, das ist weder gut, noch ist das schlecht, das ist weder besonders, noch ist das sonst was. Und ist jetzt diese Phase, in der wir uns politisch befinden, eine, die uns nach vorne bringt, oder die wiederum ganz große Risse in einem selbst wie auch außen hervorrufen. Also sehr gut, dass Sie das ansprechen. Weil in unserer Gesellschaft, wir haben diese Muster so tief verinnerlicht und diese Denkweise so tief verinnerlicht, dass man entweder oben oder unten ist. Es gibt sehr wenige Denkmuster, wo wir alle auf einem Level sein können. Und deswegen automatisch, wenn eine Person sagt, ich bin stolz und ich stehe zu, wer ich bin, es wird automatisch interpretiert als, ich bin besser. Aber das soll gar nicht sein. Deswegen müssen wir auch das ansprechen. Solche Ängste, die hervorgerufen werden, durch solche Ansagen wie, ich bin stolz. Oder Männer, die sich vom Feminismus bedroht fühlen. Oder weiße Menschen, die sich von antirassistischen Bewegungen bedroht fühlen. Und um zu zeigen, nein, es nimmt nichts weg von den Menschen, die diese Identität nicht haben. Sondern es heißt nur, wir lassen uns nicht mehr runterziehen und kommen auf dem gleichen Level. Wir kommen alle auf Augenhöhe. Und klar, dann sollte es dazu kommen, dass wir, es sollte keine Rolle spielen. Wir sind das, was wir sind. Und ohne stolz zu sein oder uns minderwertig zu fühlen. Aber es ist für manchen Menschen auch einfacher, diese neutrale Haltung zu haben, weil es gibt tatsächlich Identitäten, die mit Überlegenheit konstruiert wurden. Zum Beispiel Menschen ohne Behinderung sind de facto in unserem Unterbewusstsein und Bewusstsein besser als Menschen mit Behinderung. Heterosexuelle Menschen sind besser. Weiße Menschen sind besser. Christliche Menschen sind besser. Und das sind wirklich Botschaften, die uns sehr, sehr geprägt haben, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Aber das spielt dennoch eine Rolle. Und es gilt zu sagen, all diese Menschen sind genauso gut. Das heißt nicht, dass sie jetzt runtergezogen werden sollten. Auf keinen Fall. Das wollen wir nicht als Gesellschaft. Sie sollten genau da bleiben, wo sie sind. Aber die anderen sollten auf dem gleichen Level gebracht werden. Sie haben in Ihrem Buch Why We Matter geschrieben, ich zitiere, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, ist unerträglich, weil es unsere Menschlichkeit in Frage stellt. Wie oft haben Sie das erlebt? Ich habe das sehr viel erlebt, vor allem in der Kindheit. Und das hat mich schon geprägt, muss ich sagen. Aber ich habe das damals nicht so wahrgenommen. Ich habe nur die emotionale Reaktion. Ich kann mich daran erinnern, aber ich hatte nicht die analytischen Tools, um das überhaupt zu artikulieren oder zu analysieren, sondern das war eher ein Gefühl. Und es passiert mir immer noch sehr regelmäßig, aber ich würde sagen, ich reagiere anders, weil ich natürlich eine wahnsinnige Arbeit gemacht habe, auch in mir. Und also nicht nur intellektuell, sondern auch psychologisch und spirituell, damit es mich nicht mehr betrifft, wie es mich damals betroffen hat. Aber betreffen würde ich gerne ein anderes Wort noch einführen. Kränkung. Ist es ein kränkendes Erleben? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, klar, wir wachsen alle auf und wir kommen alle in diese Welt. Wir sind soziale Tiere, sozusagen, und wir wollen gesehen werden von den anderen. Wir sehen, dass zum Beispiel Babys, die nicht gesehen werden und die nicht angeschaut werden in den Augen, entwickeln Krankheiten und können nicht überleben. Also das wurden Experimenten gemacht, die wirklich zeigen, dass diese Wahrnehmung und diesen Augenkontakt extrem wichtig ist. Deswegen, also es ist eine Kränkung, aber das ist auch ein menschliches Bedürfnis, würde ich sagen. Im Zusammenhang mit Diversität wird häufig von dem Begriff der Anerkennung gesprochen. Ich habe das gerade gesagt, ich mag das nicht so besonders, weil ich mich immer gefragt habe, wer erkennt hier wen an? Ich spreche von der a priori Anerkennung, also eine, die es an sich in dieser Welt geben müsste. Hegel hat den, Begriff in der Phänomenologie des Geistes definiert. Er sagt, dass es sich bei der Anerkennung um eine ideale Beziehung zwischen Subjekten, also Menschen handelt, die sich einerseits gegenseitig als gleiche ansehen, sich andererseits über die Getrenntheit bewusst sind. Also indem ein Mensch ein anderes Subjekt anerkennt und von diesem auch anerkennt, dass es ein anderes individuelles Selbst ist, ist diese a priori Anerkennung, also ich würde es vielleicht mal mit einer anderen kurzen Begrifflichkeit noch mal versuchen. Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Verschiedenheit. Warum fällt es uns so schwer, das anzuerkennen? Ist auch schon die Einzigartigkeit etwas, was schwer auszuhalten ist? Ja, das ist es. Wir wollen uns, also wir sehen auch bei Teenager, und wir haben vorher über junge Menschen gesprochen, die dieses Bedürfnis haben, sich wiederzufinden in anderen und auch gesehen zu werden. Und weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Einzigartigkeit eher verpönt ist, oder eher so, wir mögen das nicht, wir müssen alle uns anpassen. Es gibt Konventionen und wir müssen diesen Konventionen entsprechen. Und wenn wir die Alterität erkennen und auch als positive Merkmal in unserer Gesellschaft, dann können wir auch eben diese Hierarchie aufbrechen. Und auch ein anderes Zitat von Audre Lorde, sie sagt, It is not our differences which divide us, but it is our inability to embrace and celebrate these differences. Und sie hat recht. Also es ist nicht unsere Unterschiedlichkeit, die uns trennt, sondern unsere Fähigkeit, diese zu umarmen. Danke für die Übersetzung, absolut. Genau, das heißt, die Unterschiede an sich sind nicht das Problem, sondern das Problem ist die Unfähigkeit, diese Differenzen anzuerkennen. Und warum haben wir diese Schwierigkeit? Das hat mit der Hierarchie zu tun. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Ich war mit meinem Sohn, der damals drei Jahre alt war und wir waren bei der Post und er kam an an der Theke und sagte, oh, guck, die Frau ist dick. Und das war auf Französisch, weil wir miteinander auf Französisch sprechen. Und ich habe auch bemerkt, dass die Frau kein Französisch gesprochen hat. Und ich dachte, gut, dann werde ich diese Gelegenheit nutzen und habe einfach gesagt, ja, sie ist dick. Wir haben alle unterschiedliche Körpergröße. Wenn ich gesagt hätte, oh, nein, sagt sowas nicht, das ist nicht nett, das ist, sie wird sich, das sagt man nicht, dann hätte ich eine Wertung assoziiert mit ihrem dicken Körper. Und das wollte ich nicht tun, weil ich denke, wir sollten auch dicke Körper nicht werten, sie sind einfach so, wie sie sind. Genau wie dünne Körper, kleine Körper, große Körper, schwarze Körper, weiße Körper. Und das Gleiche passierte mir, als ich ein Kind war in Frankreich, in der Ecole Maternelle, in der Kita, und ein weißes Kind kam zu mir und sagte, du bist schwarz. Und die Erzieherin kam zu uns und sagte sofort, nein, 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 das will ich nicht hören, ihr seid nur Kinder, das macht keinen Unterschied. Und sie waren in diesen beiden Fällen, also mit der Frau an der Post und auch mit dieser Erzieherin, mit dem Unbehagen von Hierarchien konfrontiert. Das heißt, die Differenzen an sich waren kein Problem. Wenn das Kind gesagt hätte, oh, guck, Emilia hat braune Augen, dann hätte sie einfach geguckt und gesagt so, oh ja, stimmt, sie hat braune Augen, weil es keine Wertung gibt oder nicht in solcher Masse, die mit Augenfarben verbunden ist. Und deswegen, um diese Differenzen anzunehmen und Alterität auch anzunehmen, ohne zu versuchen, es zu, ja, auszuradieren sozusagen, müssten wir die Hierarchie sehen und merken, ah, okay, das ist die Hierarchie, die uns Probleme macht. Trotzdem, bleiben wir doch nochmal bei dieser Anerkennung. Sie haben jetzt gerade das Beispiel gebracht, Es gibt die Steigerung des Beispiels, nämlich die Missachtung. Der Philosoph Mirko Wischke sagt, ich zitiere, Missachtung kann eine Form von Unterdrückung sein, weil sie die betroffene Person nötigt, eine entwürdigende Definition von sich selbst zu akzeptieren. Hat er da recht? Ja, absolut. Und diese Definition ist eine lebenslange Definition, die wir überall sehen. Wir sehen sie in Büchern, in Filmen, in Werbung, in Erzählungen, in Liedern. Sie ist überall, diese Erzählungen von Überlegenheit und Unterlegenheit. Und deswegen ist es de facto, am Anfang akzeptieren wir diese Definition. Deswegen gibt es Minderwertigkeitsgefühle, aber diese Minderwertigkeitsgefühle gehen auch einher mit internalisierten Überlegenheitsgefühlen. Das heißt, dass Menschen, die den sogenannten dominanten Gruppen oder der unsichtbaren Norm angehören, wachsen auch auf mit diesen Überlegenheitsgefühlen. Und ja, und deswegen diese Definitionen basieren immer noch auf dieser Hierarchie. Ich komme immer wieder drauf, weil diese Hierarchie ist alle, also ist dieses Konzept sehr machtvoll und dennoch meist unsichtbar gemacht und auch sehr implizit und subtil, aber sie ist die Struktur von diesen ganzen Themen. Aber wenn wir von Strukturen reden, dann müssen wir auf eine Thematik gehen, die ja gegenwärtig viele beschäftigt. Sie ist schon länger in Amerika vorhanden, jetzt ist sie auch in Europa vorhanden. Wir haben darüber diskutiert. Es gibt auf der einen Seite viele Menschen, die für mehr Diversität sich engagieren, für Gleichberechtigung. Und auf der anderen Seite erleben wir rechtspopulistische Parteien, Bewegungen. Wir erleben eine Enthemmung, eine Salonfähigkeit des Rassismus, der Ausgrenzung, auch in Europa. Ist das ein Kulturkampf? Einerseits, dass sich ein Selbstbewusstsein entwickelt, was wir Identitätspolitik auch nennen, und andererseits, dass wir erleben, dass struktureller Rassismus, der jedenfalls traditionell und kulturell in unseren Gesellschaften, egal wo, vorhanden ist, jetzt aufeinanderprallen. Ist das eine Kultur, ein Kulturkampf im 21. Jahrhundert? Ich würde, also es sieht aus wie ein Kulturkampf, deswegen der Begriff passt schon gut. Aber ich würde das anders nennen. Ich würde das Widerstand nennen. Das heißt, dass die Welt verändert sich. Die Welt geht in eine Richtung. Wir haben das auch gesehen mit großen Bewegungen wie die MeToo-Bewegung, wie Black Lives Matter letztes Jahr. Und was wir sehen, ist, dass diese Stromung ist auch sehr kraftvoll und die nimmt sehr, sehr viele Menschen mit sich. Und ich würde sagen, sie nimmt also einen Großteil auch der neuen und jüngeren Generation mit sich. Und das, was wir sehen auf der anderen Seite, nehme ich als einen Widerstand gegen diese positiven Veränderungen wahr. Das heißt, daran halten, also daran festhalten, was man schon kennt, was man auch nicht abgeben will oder diese Angst, etwas abgeben zu müssen. Aber dabei müssen sie gar nichts abgeben. Das heißt, dass die Gleichstellung von Frauen nimmt nichts weg von Männern. Die Gleichstellung und die Minderung der Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen nimmt nichts weg von weißen Menschen. Und diesen Widerstand von rechtspopulistischen Strömungen etc. Also diesen Widerstand ist für mich eher ein Ausdruck von Veränderungen auf langer Sicht sozusagen. Sie sagen, ich zitiere Sie mal, ich lese die Konfrontation zwischen denjenigen, die sich aus der Unterdrückung befreien wollen, etwa im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung und denjenigen, die Angst vor dieser Befreiung haben, als ein Zeichen von Transformationen. Die reaktionären Bewegungen, die sich überwahl auf der Welt gegen soziale Fortschritte stemmen, sind Ausdruck eines angetriebenen Widerstandes. Was meinen Sie damit? Ich meine, dass die Welt ändert sich offensichtlich in diese Richtung. Das heißt, es gibt auch eine Aufzeigung von Unterdrückung und von diskriminierenden Mustern weltweit. Das heißt, noch nie zuvor wurde über Polizeigewalt so vehement gesprochen und auch so global. Es gab natürlich in der Zeit der Generation in den USA auch solche Debatte, klar, aber sie waren marginal. Sie waren keine Mainstream-Debatten. Das passiert. Die Tatsache, dass das Patriarchat auch als System aufgezeigt wird und auch dekonstruiert wird, weil es geht darum zu sagen, okay, das Patriarchat ist ein System, wie funktioniert es, was sind die Merkmalen von Patriarchat als System. Das wird aufgezeigt. Und dabei werden die Menschen, die bisher historisch, strukturell, systemisch von diesen Systemen benachteiligt wurden, werden laut. Und diese Stimmen und diese Bewegungen, die in die andere Richtung gehen, also reaktionäre, rechtpopulistische Bewegungen, sind für mich ein Ausdruck von Veränderung, weil sie versuchen, eben eine Veränderung zu hemmen, die so oder so passieren wird. Das ist interessant, was Sie sagen, weil es mir einen anderen Begriff nochmal bewusst macht, wo auch immer in dieser Welt Menschen irgendwo hinkommen. Redet man ja von Integration. Ist Integration ein respektvoller Begriff? Nein, ganz und gar nicht. Also es mag, also ich glaube, es gab mehrere Versuche. Am Anfang haben wir von Assimilation gesprochen. Das war noch schlimmer. Na klar, also es ist klar, dass Assimilation soll heißen, wir müssen Gruppen assimilieren und sie dabei auch unsichtbar machen. Integration war ein Versuch, eben ein Fortschritt für mehr Inklusion und mehr Respekt, aber das ist trotzdem problematisch, weil warum brauchen wir Integration? Warum brauchen wir Integration? Weil es geht, also diesen Begriff hat wenig mit Integration auf dem Arbeitsmarkt und wirtschaftlicher Integration zu tun. Vor allem, wenn wir über Integration sprechen, sprechen wir über kulturelle Integration. Und das ist für mich das Gleiche. Das heißt, wir haben lediglich ein Wort geändert, aber Integration bleibt verankert in einer Asymmetrie und in dieser Hierarchie, ganz klar. Wir reden nicht von Integration, wenn eine deutsche Minderheit in Namibia lebt. Wir reden nicht darüber, dass die Deutschen sich integrieren müssten in der Mehrheitskultur in Namibia zum Beispiel. Wir reden auch nicht davon, dass man Herrn Höcke integrieren müsste. Ja, genau. Ich mag den Begriff der Emanzipation. Ja, das finde ich auch schön. Frau Roy, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Bei dem ich sehr, sehr viel gelernt habe und danke, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.